Leonie Beck aus Würzburg ist Schwimmerin. Obwohl sie erst 23 Jahre alt ist, kann sie schon eine Olympiateilnahme vorweisen. 2016 in Rio de Janeiro. Die Olympischen Spiele sind das größte Event, an dem ein Sportler oder eine Sportlerin teilnehmen kann. Man trainiert sein ganzes Leben dafür und ordnet alles andere unter, um zu den Besten dazuzugehören. Sie gehört zu den Besten auf den langen Distanzen. 5 oder 10 Kilometer draußen im Freiwasser sind genau ihr Ding. Sie freut sich schon auf die Wettbewerbe in Tokio. Zudem ist es etwas ganz Besonderes, Deutschland auf höchster Ebene vertreten zu dürfen und auch als Sportler andere Nationen, andere Sportarten kennenzulernen und sich auszutauschen. Die Qualifikation über 10 Kilometer hat Leonie Beck längst in der Tasche. Die Vorfreude auf Japan ist groß, auch wenn sich die Spiele nicht mit denen von Rio vergleichen lassen können. Dieses Jahr werden es andere Spiele sein wie gewohnt, da bin ich mir sicher. Aber ich freue mich trotzdem schon riesig, mich mit den Besten der Welt messen zu dürfen und messen zu können. Zweimal EM-Silber und einmal WM-Bronze hat sie schon gewonnen. Vielleicht wird ihre Medaillensammlung in Tokio ja noch größer. Ich freue mich jetzt schon riesengroß auf die Spiele und hoffe auf den Tag meines Lebens.